Ich kämp' mich immer noch an dem Scheiß-Tower rum, wie kann man so dreckig spielen? Silo, oder wo? Ja, den großen Wasser-Turm halt, Silo, ja. Ja, ja. Alter, wir brauchen Heli-irgendwas, ich will den wegfetzen, Alter. Alter, Alter, vermisst du, bist zurück im Spiel. Fuck, ich wollte den mobilen Shop mitnehmen. Ich hab' einen Loadout holen können. Hä, als ob hier keiner ist? Das ist ein Camp jetzt hier. Ist da keiner drin? Äh, da liegen Minen, aber... Oh, ja, dann lass uns alle liegen. Ui. Oh, ja. Oh, du hast mich ganz weit weggeglitscht. Das war so lustig, ich bin so halb in der Wand gewesen. Äh, das ist ein Plan. nicht mehr drin oder ja scheiße ja lass einfach hier ja ich hab noch platten ich weiß gerade tatsächlich noch nicht ich würde beim blut auf der kante gerne kann man beider zeiten ausweichen das wort man immer noch geld nach oben soll jetzt gegenseitig kaufen können jetzt hier ist auf der reeling genau ich habe mich ins fenster gesteuert so das war das war noch mehr jetzt zweiter war nicht doch das wäre noch vier vier fünf teams gewesen da haben wir ein bisschen zu einem pech gehabt hast du ein bisschen hast du noch genug wasser nach auch kein wunder sagt das kostet ich habe zwei karten ach so und die als nato ja ich glaube es gibt nicht klar katzen hat man doch auch tako schweck ein fressen stück scheiße nur weil du nach mir kommst ich glaube du spinnst ich richtig bauch alter dem man den den es gibt ohne scheiß der hockt manchmal so richtig in lost im wäschekorb drin guckt durch die gegend und bei gar nix der ist richtig lost der auto ist einfach nur fett und verpresst der feind sprengt über dem gebiet ab auf den himmel ab hier gut und und das und hier und Hey, hier spielt jeder MW-Waffen. Was geht denn mit der Lobby? Ja. Geht's auch im Weg. Äh, was? XM4? Das ist Cold War. Oh. Ja, M4. Manchmal ich, glaube ich, du ab. Oder M5. Warte, ich halte sie schnell. M4A1. Was ich auch gerne spiele, ist z.B. Raketenwerfer. Hehehe. Gek. Femical. Gek. Gek. Au, da gehen aber... Ui. Oder? Zwei Team Supporter. Eins auf der anderen Seite. Zwei Team Supporter. Also, ich halte sie alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Ich bin jetzt hier einmal in der Türse. In. Bei mir kommt's, glaube ich, rein für Tür. Ich glaube, bei mir kommt's für Tür rein. ich bin auch gerade gelandet es ist eine richtige briten ich glaube ich glaube ich auch schon es ist voll geil wenn die controller immer in den raum reingehst ich höre doch welche ja hier bei mir bei mir alter pb3 ist so stark ich bin ich schon wieder gegen das schießt oder was du das Digger, mein Sprintenknopf funktioniert immer nicht, ich kenne kurz. Feindliche Drohne ist aktiv! Ach, der ist wirklich hier unten! Led nach, ein, zwei, ein, zwei Platten weg. Ne, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, fuck! Digger, war das knapp! Alter, war das grad scheiße! Der ist ja noch ein zweites, das ist ein neues Team! Ja, 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 ja! Ich hab schon kurz überlegt, ob das der alte Schein... Ich hab auch gedacht erst, dass das der Maid war! Ne, 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 das war mir dann schon klar, dass die von Harvard kommt. Ey, wir rein da! Wir landen am Wassertower, holen uns Waffen! So, komm, ja, da komm ich nicht mehr hoch! Gut, dass ich das überlebt hab! Ich hab Präzisionsluftschlag! Äh, von Geeker... Ne, von Kamek, hier kommt ein Luftschlag! Ne, von Kamek, hier kommt ein Luftschlag! Oh! Läuft! Ey, dichter Mann, von beiden Zeiten! Ich hab' gar nicht gecheckt, dass ich grad, äh... Unter uns wer... Ich hab' eine noch bei Deacon irgendwo! Der hat schon ne Brüse, was der fuck! Ja, Alter, ich hock' genau aus beiden Diggerdots! Boah! Ich könnte so kotzen! Aus Chemical und Prison schauen sie sich gegenseitig an und fucken mich in der Mitte ab! Lief dieses Mal besser! Kann man so! Boah! Ja! Ja! Scheiße, was er kriegt! Wurfsinn, echt! Wurfsinn! Wurfsinn! Der ist jetzt runtergesprungen! Mann, hier hat die doch noch... Der ganze Lodi landet wieder richtig Arschloch! Noch 25 übrig! Gute Arbeit bisher! Feindliche Drohne ist aktiv! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Feindliche Drohne ist aktiv! Wo bist du denn? Ganz oben! Hallo! Der ist hier gerade bei... Ah, da kommt der hoch! Da! Beim Auto! Ich hab hier ein Fahrzeug! Ey! Ich hab ihm mal einen Header gegeben! Ey, warte! Ich geb dir mal ein paar Platten! Komm mal kurz her! Ist gut! Okay! Schau! Der pusht dann wieder hierher! Digga! Ich hab den Kopf getroffen! Ich zieh nur eine Platte ab! Ich könnte kotzen! Wo steht denn der gerade? Circa! Links vom Auto an der Mauer! Ah! Ah, jetzt ist er abkaut! Ja, es sind zwei! Ja, es sind zwei! Digga! Fuck off! Ja, Leute! Jetzt werd ich von irgendwo anders gesnipht! Perfekt! Zieh nach da durch! Nach vorne! Ne! Ich loot mal noch schnell! Ich glaub da kommt der von hinten, oder? Ich glaub da kommt der von hinten, oder? Ja! 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 Ich glaub hier ist erst direkt durchgelaufen! Ah, Heartbeat. Kein Drauf. Hinter uns kommt auch kein HALU. Dann lassen wir den Rodak schauen. Ich hoffe, dass die nicht wieder oben an der Mauer stehen. Ich weiß auch nicht, warum die die Position oben bei Prison noch mehr OP gemacht haben als sie eh schon waren. Ah, mit der scheiß Mauer. No, die können wir vergessen. Einzeln. Ne, meinst einzeln. Ich geh hoch. Ja, ich geh hin. Ich habe keinen Einblick. Ich huste, ich huste, ich huste. Geh hin. Aber keiner im Heartbeat. Ich lege gerade, ob ich ihn noch ins Gas lauf. Ja. Was hast du vor? Ich habe die Gasmaske gekauft. Selfress. Aufwand. Tone beginnt die Schwappflug. Wenn es zu nah ist, geht es echt. Dann läuft es halt einfach auch ohne Maske rein und kaufst einfach was. Das ist ein Bruchprison, Bruchhalter. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftakt. Schmuggel, wenn wir wissen, wo die sind. Und die sind, glaube ich, ganz am Dach oben. Könnt man sagen, ich hoch sind. Ne, die sind nicht ganz am Dach. Ah! Oh, da ist One-Shot, glaube ich. Da. Welche Etage, welche Etage? Am Balkon, an den... Keine Ahnung, was das für Etage ist. Ah, über mir. Jetzt über mir. Warte, warte, ich klettere. Ich kriege Schatz. Digga, wie viel Heldmarker frisst der? Ja, der ist noch. Nein! Nein! Jetzt holt direkt neben mir mich einer. Hier, bei mir holt sich einer hoch. Das kannst du nicht aus, Mann! Wie viel Pech kann man denn haben? Ja, Digga, wie schnell man dauernd ist mit der scheiß Mia Khalifa. Nice. Ich hab zwei genauen. Oh! Scheiß Camper, Alter! Aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Bye, bei.